Kurz und knackig, alles was du wissen musst zur Spieltagswoche 22. Wer fällt aus, wer rotiert rein und wo besteht eventuell die Gefahr der Rotation? Denn wir haben hierbei Champions League, Euro League und auch die Conference League, bedeutet vier deutsche Vereine im Einsatz unter der Woche mit möglicher Rotation am Spieltag Nummer 22. Und wir beginnen mit den Sperren. Welche Spieler werden am 22. Spieltag nicht einsatzbereit sein und nenne direkt mit auch den möglichen Ersatz? Jeff Chabot, fünfte gelbe Karte. Da wird Ersatz für Chabot, in diesem Fall Kilian sein. Hübers, krankheitsbedingt ausgefallen, sollte wieder ready sein am nächsten Wochenende, bedeutet Kilian, Hübers, IV-Duo bei Köln am Wochenende. Bei Frankfurt die nächste fünfte gelbe Karte, nachdem letzten Wochenende schon Tutor und Kunku gesperrt wurden. Eigentlich ganz gut eingeteilt von Frankfurt. Jetzt Robin Koch und da der logische Ersatz. Tutor, Tutor, wieder zurück nach Gelbsperre, wechseln sich perfekt ab, rotiert raus, Koch, rein Tutor. Und auch rein rotieren wird ein Kunku wieder, ich habe es schon angesprochen, er wird zurückkehren. Max wird sicherlich wieder den Weg in die Startelf freimachen. Bei Hoffenheim kehrt Brooks zurück. Die Frage ist nur, direkt wieder in die Startelf lief okay gegen Köln, 1-1, 1 kassiert über den Standard. Kannst nicht sagen, dass es da defensiv komplett kollabiert ist. Trotzdem Brooks ein Startelf-Kandidat, wenn du überdenkst, er hat schon 15 Startelf-Sätze gemacht, könnte zulasten von Tumschuh fallen. Bedeutet Grilic eventuell wieder vorgezogenes Mittelfeld. Vierer hätte da eine Variante, dass ein Soki auf der Linksverteidigerposition geht. Das sind verschiedene Varianten. Bebu könnte da auch der Verlierer sein, der aus der Startelf rein rotiert, mit eventuell auch einem Sko wieder raus, wenn er auf Viererkette umgestellt wird. Also bei Hoffenheim ja auch vor dem Spieltag schon viele Fragezeichen. Gehe aber davon aus, dass ein Stach als auch ein Kamarisch wieder zurückkehren in die Startelf, deswegen die genannten, haben es eventuell schwer am kommenden Wochenende. Bei Bochum geht es gegen die Bayern. Ist nicht geil, Bero, da er fünfte Gelber als Bero besitzt, ist man vielleicht gar nicht so unglücklich darüber, dass der Kollege nicht spielen darf. Rein rotieren wird sicherlich. Antwia Jay, der mit Asano gegen Bayern, logisch, Konterspiel, 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 Antwia Jay, hat schon vielen Top-Vereinen wehgetan. Dann wird es nicht einfacher für Darmstadt 98. Die müssen auf Magnitsa verzichten, fünfte Gelbe Karte und auch Tim Skake. Rein rotiert am Wochenende für Zimmermann. Einwechslung. Yannick Müller 500k, könnte ein Gambler sein für euch da draußen. So kann man sich einpacken, wenn er spielt, wird er sehr wahrscheinlich steigen. Logischer wäre eigentlich klarer, der aber zuletzt komplett außen vor ist. Wenn ich jetzt interpretieren müsste, so aus Kickbase-Sicht, 3 Millionen, kein Gamble-Invest, kein Gamble-Invest. Das ist für mich ein Gamble-Invest. Vielleicht startet er sogar. Möglicherweise auch in der Umkonstellation. Das könnte auch auf Viererkette umgestellt werden. Bei Darmstadt trotzdem aus Kickbase-Manager-Sicht. Wenn der auf dem Markt ist, einpacken. Es kann ja, unter 500k geht ja nicht. Und für Tims gar keine Offensive könnte entweder Luca Pfeiffer oder Oskar Wilhelmsson rein rotieren. Neben Polter, den ich da ab jetzt gesetzt sehe, macht wahrscheinlich Wilhelmsson aufgrund von Pace ein bisschen mehr Sinn. Pfeiffer und Polter als Kombi. Möglich, aber unwahrscheinlich. So, ich habe ja schon angekündigt, vier deutsche Teams im Einsatz unter der Woche. Dienstag und Mittwoch die Bayern und Leipzig in der Champions League. Und dann am Donnerstag Frankfurt und Freiburg in der Euro-League bzw. Conference League. Bedeutet auch da, mögliche Rotation als Manager-Sicht. Ich weiß nicht, wie ihr es daheim macht. Ich versuche mir immer, Anfang der Woche oder besser schon am Wochenende, mögliche Rotationsspiele einzupacken. Weil ob sich jemand verletzt, ob du merkst, okay, der hat komplett durchgespielt, die sind an die Grenze gegangen. Da ist vielleicht eine Startelf-Rotation möglich. So sei der Profiteur davon. Deswegen hier Spieler bei den Bayern, die eventuell wieder die Startelf rotieren könnten. Je nach Verlauf Lazio und je nach Tuchel-Matchplan vorm Spiel. Guerreiro. So nach Bowie-Leistung gegen Leverkusen. Guerreiro. Nach Kim-Leistung gegen Leverkusen. Delicht. Nach Außenlicht-3er-Kette möglicherweise wieder Umstellung auf 4er-Kette gegen Bochum und Thomas Müller in der Startelf. Ihr merkt schon so viel, wenn, habe, könnte. Man kann es nicht vorhersagen. Trotzdem gehe ich von den genannten wieder mit Startelf-Comeback aus. Und aus Manager-Sicht ist natürlich die Entscheidung so, sind sie auf dem Markt? Nee. Aber sind Spieler, die Manager eventuell loswerden wollen und man darauf gamblen könnte? So wenn jemand Guerreiro anbietet, hole ich mir. Wenn jemand Delicht anbietet, vielleicht hole ich mir. Man kann ganz gut gammen momentan auf die Bayern, weil alle Manager wahrscheinlich sagen, oh shit, Leverkusen, Leverkusen ist die 1, Leverkusen ist die 1, Leverkusen ist die 1, Leverkusen ist die 1. Schuttgart-Punkte besser als die Bayern. So, nee. Die Bayern werden auch wieder kickpassrelevant sein, zeitnah. Ich glaube, sie piere gegen Bochum eventuell so einen kleinen angeschlagene Bayern-Match-Statement-Sieg. Aber trotzdem, so für die langfristig Planer, ne. So, es gibt viele Spieler, die ich wahrscheinlich lieber hätte als ein Thomas Müller. So, Jonas Hofmann. Obwohl er momentan nicht gesetzt bei Leverkusen, hätte ich wahrscheinlich trotzdem lieber als Thomas Müller. Dann zu Leipzig. Die müssen gegen Real ran. Ohne Bellingham, habe ich gehört. Vielleicht gar nicht so schlechte Chancen. Da war was zu reißen. Bin gespannt. Willi Orban ja so oder so zurück. Kann aber sein. Der hat jetzt am Wochenende gezockt. Gegen Real wird der safe auch spielen, ob es eventuell am Wochenende auf eine kleine Rotation, auf eine gesunde Rotation hinausläuft. Spielen gegen Gladbach daheim hat jetzt gar nichts zu heißen. Trotzdem, da eventuell ein Simakar wieder einpacken. Lukeba, falls Backup, kann auch gut sein, dass IV komplett durchgemischt wird. Auch heftig gekauft wird momentan Haidara. Könnte gegen Real zurückkehren schon. Gehe von Einwechslung gegen Real aus und eventuell Startelf am Wochenende gegen Gladbach. Und ich weiß, es ist verdammt schwer als Manager, Teams zu kaufen oder Spieler von Teams zu kaufen, die momentan nicht performen. So mit den Bayern. Ich gebe dir recht. Wenn Bayern momentan angeboten werden, da sind die Leute wahrscheinlich nicht so heiß drauf. Aber ich glaube, es kann sich lohnen. Ich glaube, es kann sich auch lohnen momentan. So ein bisschen ist auszunutzen, dass Manager eventuell Freiburger loswerden wollen. Je nach Ligaverlauf. Je nach Ligagröße, was noch auf dem Markt ist. So Philipp für mich ein Rotationskandidat. Es läuft gar nicht bei Freiburg. Irgendwas muss verändert werden. Eventuell ja auch wieder Weishaupt. Man wieder von Anfang an. Also es gibt einige Spieler. Selbst ein Keitel, der wieder relativ nah am Kader dran ist. Können vielleicht mit Einwechslung glänzen. 500k-Spieler. Wer weiß. Und weil hinten auch die komplette Abwehr verletzt ist. Atilla Salai. Eventuell einer, der Startelfrelevant ist am Wochenende. Ey, und auch ein Höfler. So klar geht es jetzt nicht um allgemeine Kaufempfehlungen hier. Rotationskandidat. Er ist kein Rotationskandidat. Aber trotzdem wollte ich nur mal sagen, so 6,8 Millionen. Wie cheap ist der denn momentan? Ey, und auch ein Rizudoren. So, guckt euch mal an. Der ist normal. Der waren 20 Millionen Spieler. So momentan bei knapp 5. Eventuell auch wieder in der Startelf gegen Frankfurt oder Augsburg. Und bei Frankfurt brauchen wir, glaube ich, nicht über die Defensive sprechen. Die sollte relativ safe sein. Dann auf jeden Fall fürs Bundesliga-Wochenende. Je nachdem, wie sie das Spiel deutlich überstehen. Aber ich würde gerne mit euch, auch in den Kommentaren diskutieren, über die Angriffsposition. Denn ein Chaiby gestartet. Ein Mamouche gestartet. Ein Kalajcic ausgefallen, weil Babyboy on the way. So ein Iketike eingewechselt worden. Ich glaube, der hat 25 Minuten bekommen. So wird langsam fit Schalev relevant. Welche drei, oder nach System, wenn Chaiby eventuell auch ein bisschen Defensivpositionen übernimmt. Welche drei bis vier Spieler seht ihr am ersten in der Stadion? Also gebt mir mal ein Ranking von, okay, Mamouche, es wird eh die 1 sein. Mamouche, Chaiby, Iketike, Kalajcic, Knauf. Knauf ja auch noch in der Mix. Knauf auch gestartet. So fünf Spieler und maximal drei bis vier Positionen. Mein Take langfristig. Kalajcic und Knauf werden die Verlierer sein. Und vergesst mir den Nachoferi nicht. Ich packe in die Kommentare einfach mal einen Kommentar jeweils mit dem jeweiligen Namen. Knauf, Kalajcic, Dacioferi und Co. Und liked einfach mal den Spieler, den ihr sicher gesetzt in der Stadion FC die nächsten Wochen. Also gerne drei bis vier Liken. Je nach welches System ihr denkt Frankfurt zockt. Und welche Rolle bekommt ein Chaiby, ein Knauf, ein Mamouche zugeteilt. Und sollten euch noch Themen fehlen, die jetzt hier nicht behandelt werden, wie Leverkusen, Stadion FC oder Bayernstadt für die nächsten Wochen, dann hört doch mal in den Podcast rein. Bench und ich haben heute ausführlich über Kusonu, ja auch ein Rückkehrer, so was sind, wie sieht die Leverkusen-Stadion FC aus, vor allem IV gerankt, Bayern-Stadion FC der nächsten Wochen. Also da heiße Diskussion, hört gerne auch in den Podcast rein. Sonst bedanke ich mich für das Einschalten. Like gerne das Video. Wer das nicht liken wollt, like mir jetzt den Kommentar unten, was ihr glaubt, welche Frankfurter in der Stadion FC stehen. Weil ich glaube, Frankfurt auch ein Team, eigentlich abseits, durch Neuverpflichtungen im Winter, aber schwer einzuschätzen. Und wenn wir sie einschätzen können, und das vielleicht alle gemeinsam, dann haben wir alle davon einen Vorteil. Danke fürs Einschalten.